da muss es eigentlich sein ich glaube wir sind gleich da doch hier sind wir ja was ist hier los kämpfe wieder mit irgendwas kleinerem kagalaken gedöhnt das sind die freiluft badewanne oder anschüsse das ist eine werkbank eine werkstatt und dass jemand ich freund du auch hat hier in grölder was willst du wir brauchen hier nicht noch mehr schwierigkeiten junge meine ich will manchmal ein bisschen netter immer mit der ruhe genau immer mit der ruhe ich gehöre zu den minute man ich bin hier um zu helfen du gehörst zu den minute man ich dachte euch gibt es gar nicht mehr wir haben einem der händler eine nachricht mitgegeben aber ich habe ganz ehrlich nicht damit gerechnet dass jemand kommt die meisten leute geben nach quincey nicht allzu viel auf die minute man das war eine üble geschichte was können wir denn mal fragen um die minute man sind wieder da für zu hilfe nicht verhaltung nahe ich bin immer nett wir bauen die minute man von grund auf neu auf wir sind jetzt wieder die guten freut mich zu hören ist auf jeden fall schlimmer geworden seit die minute man den bach runter gegangen sind da ist diese radar gang die macht uns schon seit wochen probleme sie rauben lebensmittel und vorräte und drohen uns alle zu töten wenn wir ihnen nicht geben was sie wollen wir wissen wo sie sich verkrochen haben aber wir können es unmöglich mit so einer gang aufnehmen keine sorge ich kümmere mich für euch um diese radar danke dir wenn ihr uns dieses mal wirklich helft wäre das echt ein schritt in die richtige richtung könntest du mir ein bisschen patronen geben vielleicht was noch hier hoffentlich bist du nicht einer dieser sind die mich ausspionieren wollen besser das sein ich habe keine ahnung was hat sie denn was nettes für mich noch ja auch nicht gerade schick eingerichtet jetzt müsste ich mal gucken ob ich etwas neues auf der karte habe ich weiß gar nicht wo sie jetzt hin soll hier was ist das hier fährt uns anlage das kann sie doch nicht weinen oder gucken wir uns doch mal an doch da soll ich hin der gegenteil ist die siedlung ich muss sie finden und dafür sorgen dass sie wieder eine bedrohung von jemandem sind okay das wird sicherlich nicht einfach so ein stück weiter unten ganz so weit wie das ort diamond city aber schon ein stückchen gibt es jetzt eine schnellreise vielleicht können wir uns damit kurz hin beamen zack die dominos waren auch da und nun eine nachricht was hier vorne wo wo denn wo ich höre dich ich sehe dich aber nicht was ist denn doggie doggie da oben was hast du denn gefunden hier weiter schon ich müsste erstmal gucken dass ich jetzt auch richtig laufe ich musste mich da unten runter da nehme ich das Ding mal raus entfernen die markierung jetzt muss ich mal sehen wo muss ich jetzt Richtung Richtung ja schöne locker oder hat sich ein bisschen festgefahren hier neben dem großen baum ich bin der 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 die der ich der 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 Wo kommt die Stimme denn her? Ach, da unten. Wo komm ich denn da hin? Hilfe! Ich will nicht sterben! Nautiser! Aus der Sache kommst du nicht so einfach raus! Irgendjemand! Bitte! Hilfe! Dieses Ding bringt mich um! Wie komm ich jetzt da runter? Boah! Was soll das denn, bitte? Bitte! Ich will einfach nur alleine sein! Ein knuspriges Eichhörchen! Oh, lecker! Ich weiß nicht, was die beiden eben hatten, aber einer ist jetzt tote Dichter und er geht seines Weges, ja. Hätte ich vielleicht verhindern können, ich wüsste jetzt auch nicht wie. Aber er geht jetzt weg. War das sein Bruder vielleicht? Plink plink! Komm her! Das Ding sah aus wie ich! Das Ding sah aus wie ich! Klon von ihm! Ja, kann man jetzt schlecht sehen, weil er liegt auf dem Boden. Äh, mit dem Sitz zum Boden. Ja, ob es da ein Zwillingsmutter war oder ein Klon oder irgend so ein Mist, ich weiß es nicht. Ich werde jetzt immer weitergehen. Dann haben wir eine Aufgabe zu erfüllen, die Raiders zu killen hier in der Siedlung und die neuen Siedlerfreunde da zu beschützen mit. Das wird unsere Aufgabe werden und ich denke mal, es wird auch nicht einfach werden. Ich habe leider meine Rüstung gar nicht mehr, diese mit der Minigun, das war echt Bombe. Und dazu brauchst du halt Zähne und die habe ich halt nicht mehr gefunden. Jetzt sind wir jetzt hier schon. Das ging ja schnell. Dank Schnellreise eben noch. Könnte ich natürlich jetzt die andere Waffe nehmen, oder? Ich glaube den noch gar nicht benutzen, ich bin der Meinung. Relaxen. Das ist ganz gut hier. Oh, now what. Ich werde es in den Seiteneingang geben. Das sind solche Geräusche. Klingt wie Schüsse vielleicht. Ach, ich habe es schon entdeckt. Torso, Torso. Ach, der Siedler, nein! Was ist denn Siedler? Ich glaube, das war der falsche. Oh. So, kann man auch mal sterben. Das habt ihr jetzt auch mal gleich erlebt. Ich habe da ein bisschen überbegefallen. Ich habe da einen Siedler erschossen oder angeschossen. Aber der Raider hat mich dann hingerichtet. Wo fange ich wieder an? Hier oben. Das geht ja noch. Wir sind gleich wieder mitten im Geschehen drin. Jetzt müssen wir erst mal ein bisschen besser angehen, die ganze Geschichte hier. Da ist er wieder behalten. Da ballert er wieder rum. Da kann man sich von hinten anschleichen. Hier geht es nicht durch, oder? Ja. Oh. Oh. Pfeifen immer noch. Willst du euch das denn bitte schaffen? Hallo. Hallo? Das ist ja richtiger Käsemiste, ey. ja ich nicht bin mir schon gleich tot ach ok ich fick jetzt die tür auf schleifen wir uns mal an von hinten ist wirklich ein selbstschuss am magen hat sich da wirklich gut eingenästet ist schon wieder hier oben ach Mist 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 das hat meine Gesundheit die ist natürlich jetzt voll runter den Weg kennen wir jetzt wir müssen durch die Tür durch das ist schon mal ganz gut müssen wir auch mal hier den menschlichen Gegner finden ja habe ich ihn ich kann ja mal nachladen ey was ist denn alles Schiepistole das ist ein Messer ich muss wieder mal ein bisschen hier was nehmen ich muss ihn nehmen nein was ist das denn ich kann ja überall durchschießen verdammtes Ding nein nein oh ne das ist ja immer schwer übel ey ich muss überstecken ob ich bessere Waffen hier finde der ist echt der Shotgun ist echt doof der Shotgun ist echt doof wir sind zum Klappe die vierte warte warte was ja das habe ich schon viermal dreimal gemerkt mittlerweile bringt jetzt so was ein bisschen doch bringt was ist ein bisschen langsam das Ding aber den habe ich gar nicht so schlecht das kann ich das doch ach ach komm bitte mal nein das fand ich da runter ey ach ist das doof ey na gut dann verschieben wir jetzt mal auf die nächste Folge ach Vielen Dank.